jo leute willkommen beim kleinen infovideo auf der version 4 ja ich habe ja vor ein paar tagen ein kleines video hochgeladen zum thema in gta rowbreak und ich muss euch sagen ich bin vor kurzem von diesem server gegangen weil der hauptwohner und das ganze serverteam die ganzen leute die da auf den neu auftrittserver drauf kommen erstens ausgenutzt werden bzw auch belogen werden und angelogen werden und generell wieder dort ziemlich viel faderp betrieben ist letzter zeit mir aufgefallen man gibt den admin oder die serverleitungen vorschläge was man verbessern könnte da wird man überhaupt nicht zugehört ob man da irgendwie vorschlag bringt oder sonst irgendwie was wenn man den vorschlag bringen und die darauf sagen ja ja machen machten die gar nicht weil ich habe zum beispiel vorgeschlagen da zum beispiel ihr müsst euch so vorstellen keiner hat leider nicht hören in aufnahmen aber halt ihr müsst euch ungefähr so vorstellen wenn ihr in gta online drin seid ganz normal und ihr seid in einer im ingame chat drin und es reden alle durcheinander alle 30 spieler würden durcheinander reden ohne im funkkreis drin zu sein sei ich jetzt mal mcs oder mcs so was in der art ist hat ich habe zu denen gesagt oder vorgeschlagen wir müssen das mal einführen als regel dass man zum bald mehr als zwei leute sind oder sogar mehr als drei leute sind dass man im cso bzw im mc funk reden soll weil man sein eigenes wort nicht hört bzw wenn ein cop ankommt und sagt jo allgemein verkehrsunterrolle und wenn da sind zwei cops da bei mir ist das so ihr wisst das ich will lieber der der zweite cop hat auch mitbekommen bevor der da auch falsch versteht was abgegangen ist dass man jeweils zwei zeugen hat oder generell zeugen hat was genau abgeht also dass man den einen cop sagt ja ja du hast das auf jeden fall gesagt ich habe das auf jeden fall nicht gesagt weißt du so dass man sagen kann jo der cop der zweite cop der bei war hat das mitbekommen und ich habe nicht jedes mal bock wenn wir jetzt zum beispiel sechs leute sind oder so in einem mc die ganze zeit aufzulösen und in seinen funkkreis zu gehen um dann da kurze besprechen zu machen zum verkehrskontroller oder sonst irgendwie was ja deswegen bin ich von diesem server gegangen weil erstens mit überhaupt mir nicht mehr gefiel und der admin wurde auch ziemlich bedrohlich gegenüber mir und auch der anderen leuten die ich kenne die auch dort drauf waren weil die haben mir nämlich den tipp gegeben und dies hat mich mir ein bisschen befolgt und mir ist ziemlich schnell in den augen gefallen das stimmt wirklich was die gesagt haben dass die einen ausnutzen beziehungsweise bei mir weil ich habe damals beziehungsweise ich wollte die army führen und hatte der owner wollte der es gar nicht zustimmen und dies und das sind jetzt die ganze zeit in und her dass selber team meint ja er hat ja einen youtube kanal der hat ja über 1000 abonnenten das sind wir die army machen dass der ja ruhig paar leute ran holen kann und ja die haben auch ein spenden gedöns reingemacht um diesen Discord server zu erweitern beziehungsweise zu verbessern kann man dem owner Geld spenden ich habe mal einmal nur 10 euro gespendet weil ich wusste den server wäre geil aber ist es nicht aber 10 euro ist ja nix in diesem moment dann aber egal wie gesagt ich bin jetzt auf einen neuen server drauf gegangen beziehungsweise habe mit panda oder panda hat einen seinen alten rp server zum erleben erwacht und den werde ich natürlich auch in der video beschreibung packen den Discord channel und natürlich auch panda schaut bei Yapao auf jeden fall vorbei der ist mein bester kumpel zur zeit in GTA generell schon mein bester kumpel seit sieben jahren könnt ihr gerne bei ihm ja auch ein abo da lassen weil er würde sich freuen wenn er mal über 100 abos knackt genau so wie bei panda ja einfach mal eben kostenlosen abo da lassen da seht ihr verschiedene sich zum thema GTA Roleplay ja wie gesagt ich tue den neuen Discord channel in die video beschreibung rein dann könnt ihr drauf gehen ganz ganz normal euch bewerben diese service auch ab 14 jahren es gibt ähm ausnahmen mit 13 wahrscheinlich mit 13 man muss halt nur die abbewerbung stimmen alles klar überfährt den halt ähm und ja dann könnt ihr ruhig mitmachen ihr müsst auch natürlich eine crew reinkommen genauso wie bei State sag ich jetzt mal ähm weil um Sicherheitsgründen sag ich jetzt mal zu machen wegen äh Fail-RP man kann nicht weißt du so Einladungs-Hobby man ist drin lädt man Feiharder ein ja oder seine Kumpels ein die versauen und die ganze RP das wollen wir halt nicht deswegen wollen wir eine Crewsitzung draus machen und ähm um dann ihr müsst euch dann nämlich wenn die Bewerbung angenommen worden ist dann ganz normal die Crew äh einladung wieder erbitten wenn dies getan wurde dann seid ihr drauf und dann wird die ganze mal im Discord-Channel äh beschrieben wann äh Lobby auf ist und dies und das von denen ist ja wie gesagt ich wollte euch äh äh warnen vor diesem State 24 Track Server ja ich sag einfach mal Track Server aber die ist auch ein Trex-Server Trex-Admin-Team ich sag das einfach mal ganz kurz fragen ähm kommt wieder auf den High-Live-Server drauf um ein richtiges RP mitzuführen und nicht so ein Bullshit-RP wie gesagt ich bin raus Euer Mosenkredit 2016 Peace out adequiert abd abg